Hey, mein Freund, wie geht's dir? Hast du schon geplant, heute Abend zu essen? Wenn nicht, diese Rezept passt sehr gut. Einfach so schnell, halbe Stunde. Kann man so von der Supermarkt kaufen, Pizza, Thai Basilikum und Reissnurren. Wenn kein Thai Basilikum mit normalen Basilikum geht auch, nur ein bisschen mehr geben. So, machen wir anfangen. Zuerst Reissnurren nach Packung, Angaben garen. Und etwas Ernuss-Öl dazugeben, vermengen, damit die Nurren nicht kleben. Jetzt ein bisschen Ernuss-Öl in die Pfanne. Und die Pfanne schneiden. So, die Pfanne muss die nächste Lücke schneiden. So, passt sehr gut, oder? Pizza in die Pfanne geben. Die Pfanne braucht vier, fünf Minuten am Braten. Jetzt machen wir die Saucer. Chili. Enkennen. Link schneiden. Wenn du machen, nicht chili, sondern chili geht auch. In Wasser geben. Helle Hefe blocken. Helle Hefe blocken. Noni gemahlen. Damari. Ein bisschen Saatspeffern. Stäck. Mengen, abgießen, 3-4 Minuten koken. Kartoffelnstek. Mit ein bisschen Wasser verrühnen, abbinden, einmal aufkochen, ist fertig. So einfach Rezept, wo kann man es finden? Ben Kitchen, klick diese Rezept und teile deine Freude. Nun noch Thai-Basilikon und Ingwer in Topping geben. Ingwer, wenn es real ist, muss sie nicht schälen. Totta kann man essen. Zuerst scheiben und Steifen schneiden. Noch Thai-Basilikon. Einfach Steifen schneiden. Dann sehen wir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020